Oh, wie schön. Sie sieht atemberaubend aus. Die beiden sind aber auch verdammt süß zusammen, muss ich ja zugeben. Kapitel 32, Schloss Leselis, gemächertes Grafen. Sie müssen diese Wälder geben. Sie betrachten Sie das Wälder als ein Wälder. Ein Wälder muss seine Wälder und seine Wälder über alle anderen Wälder. Sie verstehen? Ja. Haben wir eine andere Wahl? Die Treue schwören. Warum habe ich entschieden, ich bin ein König in dem ersten Platz? Aha. Okay. Das habe ich jetzt... Hm. Okay, die Entscheidung überdenken. Hm. Das ist ja jetzt... Ich bin mir total unsicher gerade. Den Schwur verweigern. Oh, oh. Und so zu mir. My apologies, Count Argonnen. Oh. Ich bin mir total unsicher. Wie gesagt. Du hast mir gesagt, dass du diesen Krieg begonnen hast, um das Leben zu retten zu retten. Aber ich glaube, dass du besser wissen als das. Du wirst wissen, was die Land zu verschwinden. Warum hast du... hast du in diesem gegründeten Ort gegründet? Was hast du da gesagt? Das ist so. Es ist so. Zu welchem Preis? Wow. Sehr mutig, Sel. Du kannst ihn nicht zwingen. Ganz genau. Ich mag Sirius. Ich mag ihn. Ritter werden hin oder her. Wir haben ein reines Herz. Eben. All I ever wanted was the strength to protect the people I care about. How did it take me so long to realize? Calista, just wait a little longer. She'll be in her room. I have to hurry. Calista, Schätzchen, ich eile zu dir. Oh, ist das awesome, ey. Boah. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Fantastisch. Aber wieso habe ich da nicht selber dran gedacht, dass wir gar nicht Ritter werden müssen, um die Welt zu beschützen? Das war jetzt vollkommen aus meinem Kopf geschossen irgendwie. Oh nein. Da spricht sie schnell rum. Oh nein. Oh nein. Nein, ich rette eure Zukunft. Dagrin! Danke,ât heisst. Danke, von der Struktur. Ah? Das dauert mir. Hey, Siren, kannst du zumindest pretend, dass du ein paar Manners hast? Es macht mich verrückt, was das Idiot macht. Ist er wirklich alles gut mit dem? Alles gut mit was? Du sahst Callista's face? Nicht ein Träßes Lippen. Und das ist ihr Weihnachten. Er bekommt die Nacht, er bekommt die Mädchen. Aber er verdient es, wenn er überhaupt nicht so glücklich ist? Seriously. Ich weiß, was du sagst. Aber er hat diese Entscheidung gemacht. Wir müssen sie unterstützen. Also, wir werden uns aufbauen. Ja? Hm. Master Zail, Lady Callista ist noch nicht bereit. Ich habe es endlich herausgefunden. Callista, ich weiß, was ich muss machen. Nein! Zauber! Nein! Nein! Ja, gibts ihm! Yeah! Ah, wie toll! Los! Haut ab! Verschwindet! Schnell! Awesome! So, ähm... Ja, wunderbar! So, okay, Callista, komm mit! Wir zeigen ihnen, wo der Hammer hängt! Wir zeigen ihnen, wo der Hammer hängt! Wo gehen wir denn jetzt hin? Ha! Boah, ich, ich, ich muss es immer wieder sagen. Lange hat mich ein Spiel nicht mehr so gepackt wie dieses hier. Das ist unglaublich! Ja! So, komm mein Schatz! Hoer Mensch. Mach diese, ganz unverschuldige Welt. Alles klar! Auf zur Kanone! Das ist doch mal ein guter Plan. Erst die Kanone und dann das Fremde, den Welten-Samen zerstören. Damit wieder Friede und Freiheit in der Welt herrscht und die Erde nicht mehr vor dem Sterben bedroht wird. Guter Plan. Endlich ist die Ungewissheit vorbei. Wir wissen genau, was zu tun ist. Und rein da. Und Kalista sieht so schön aus in ihrem Kleid. Alles klar. Zerstören wir das Kackteil. Okay, was tun? Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Also hier? Ja. Hier ist der Kontrollraum. Naja, ein Raum ist das nicht wirklich. Der ist total offen. Oh oh. Der Plan bringt wohl Probleme mit sich. Die Greg haben wohl auch eine schwimmende Festung. Oh. Amidst the dark clouds that engulfed the horizon, a titanic form drew ever closer. It seemed that the Gorak had successfully harnessed the power of the other half of the outsider. Their repeated assaults upon Lazulus Castle had been in order to steal certain secrets of Argonen technology. And so the Gorak constructed a second moving island. A mighty fortress of unimaginable strength. And every one of its countless armaments was aimed squarely at Lazulus Island. Stimmt. Da war ja noch was mit dem Gorak. Das habe ich jetzt ein wenig verdrängt, bei der ganzen Euphorie. Plan mit Hindernissen. Kapitel 33 Versich. Ah, was with our luck today? Did somebody walk under a ladder? Is it the Gorak? We must find Zael and Calista at once. And also... Merceries! You will aid me! We ain't doing nothing for you anymore. So how about you get lost? We're done with this bloody castle. There are plenty of people outside you need our help more than you. They can be saved after the Gorak have been dealt with. Do you reckon? By the time we get run to it, the city could be in ruins. So be it then. I was hoping to carry out a plan which would wipe out the Gorak army in one fell swoop. But with no protection my chances of success are slim. Such a shame that so many will needlessly have to die. Genauso wie der General. Du Arsch. Escort me to the turret control room in the military wing. I will draw out the full strength of the Lazarus cannon and annihilate their fortress. You can really do that. But of course. I am the head of the house of Argonon and master of this island. Hm. Lead the way. Okay. Wir spielen mal mit Lowell. Was Neues. Okay, dann folgen wir dem mal. Kurz speichern. Kurz speichern. Ganz wichtig. Bevor dir irgendwas schief geht. So. Okay. Weiter. what I do now? Okay. Okay. Well, we don't go, let's go. Okay,